Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe euch diesmal die ganze Woche mitgenommen, was ich so gekocht habe. Ich hoffe, das gefällt euch und ist vielleicht eine kleine Inspiration für den einen oder anderen. Übrigens, ich koche immer spontan. Ich mache mir keinen Wochenplan. Ihr könnt mir mal schreiben. Ich habe immer so das Gefühl, jeder, jede Familie macht sich einen Essensplan für die Woche. Bin ich die Einzige, die das nicht macht? Sag mir das mal bitte und schreib das in die Kommentare. Das würde mich mal interessieren. Also ich habe das noch nie gemacht. Für mich ist das immer so, ich kaufe halt immer das ein, was ich gerade so finde. Meistens so gut wie möglich saisonal und so weiter. Und dementsprechend schaue ich dann einfach, was ich so draus zaubere am Ende. Wenn ich dann nicht mehr weiß, was ich was machen soll, dann mache ich so eine Resteverwertung und so weiter. Und dann entstehen meistens sogar die leckersten Dinge überhaupt. Wenn ich dann doch irgendwie was plane, ich will jetzt unbedingt ein bestimmtes Gericht oder so machen, dann sage ich meinem Mann Bescheid, wenn er unterwegs ist, wenn er von der Arbeit kommt, bring mal das noch mit. Oder ich kaufe das dann nochmal ein, wenn ich jetzt unterwegs bin und so weiter. Also wie gesagt, da bin ich immer spontan. Plötzlich sagen die Kinder auch, Mama, kannst du dies und das kochen? Dann schaue ich halt immer, habe ich alles da. Wenn nicht, dann besorge ich es. Also wie gesagt, ich bin da halt immer sehr, sehr spontan. Ich habe euch mitgenommen und ich hoffe, das gefällt euch. Wenn ihr das öfters sehen wollt, dann gerne her mit eurem Feedback. Mit einem Daumen nach oben sehe ich natürlich auch, ob diese Videos bei euch ankommen und ihr sie öfters sehen wollt. Und ansonsten ja, abonniert sehr gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Heute gibt es ein Gemüsecurry. Das mache ich ganz oft und zwar vor allem mit Süßkartoffeln und Kichererbsen. In Kombination finde ich das super lecker. Diesmal mache ich auch noch einen Hokkaido-Kürbis mit rein. Dann Zucchini und rote Paprika. Ein paar Pilze, das ist alles optional. Und am Ende kommt noch Spinat rein. Das finde ich irgendwie besonders lecker. Das passt sehr, sehr gut. Also wirklich nur zum Schluss, weil das ist Babyblatt Spinat. Ich brate das Gemüse mit einer roten Currypaste an. Da ist auch schon Knoblauch, Zwiebel, alles mit drin. Das brauchen wir dann eben nicht. Ein bisschen von meiner Gemüsepaste kommt mit rein. Könnt ihr aber auch normal gekörnte Gemüsebrühe oder flüssige nehmen. Dann kommen gestückelte Tomaten mit rein. Ihr könnt auch frische Tomaten nehmen und Kokosmilch. Ja, und dann noch ein paar Gewürze. Zeige ich euch aber. Aber jetzt landet erstmal alles im Topf. Ja, und dann noch ein paar Gewürze. So, das lassen wir erstmal vor sich hin brutzeln. So, das ist ein bisschen wasser. ich fange jetzt an das abendessen zu kochen und zwar gibt es unter anderem als vorspeise eine rote bete suppe ist eine polnische rote bete suppe ich glaube die habe ich euch schon öfters gezeigt also habt ihr auf jeden fall schon ein paar mal gesehen das sind die zutaten die ich jetzt so verwende ist einer frische rote bete ein bisschen kartoffel sellerie ich habe jetzt noch ein bisschen fenchel deswegen mache ich den auch noch rein etwas lauch karotte und petersilie das sind so die hauptzutaten ich schnippe jetzt erstmal alles klein in so würfel und oder schon in den topf mit wasser wenn das gemüse weich gekocht ist kommt dann ein schuss apfelessig hinein oder können auch normalen essig also ich habe jetzt hier apfelessig dann ein schuss sahne ich denke ich mache so einen halben becher rein ein bisschen gemüse brühe noch mal zusätzlich als geschmackträger könnt ihr auch gekörnte gemüsebrühe oder frische nehmen wie ihr wollt ich habe hier immer so eine gemüse paste so eine selbstgemachte das war es eigentlich auch schon natürlich salz und pfeffer noch in der zwischenzeit bereitet herr themis hier die türkische paprika vor und zwar ist das diese paprika nennt sich dolma habt ihr vielleicht in meinem einkauf im türkischen supermarkt gesehen diese mache ich öfters gefüllt schmeckt sehr sehr lecker ich zeige euch gleich was in die füllung reinkommt aber erstmal wird eben das gehäuse entfernt gewaschen und dann geht es weiter schmeckt ein bisschen anders als jetzt klassische grüne paprika sind auch so ein bisschen leicht bitter aber das passt sehr sehr gut also schmecken wirklich sehr lecker ist mir sehr sehr gerne so 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 Für die Füllung der Paprika habe ich jetzt hier Hackfleisch, das ist jetzt reines Rinderhackfleisch und Reis, das ist jetzt bei mir das Augenmaß, das ist jetzt circa ein halbes Kilo aufgetautes Hackfleisch und das waren jetzt zwei Gläser Reis, den ich gewaschen habe und ich will das euch nochmal zeigen. Ich weiß, ich habe das euch schon mal gezeigt, aber ich weiß nicht, ob ich das euch so gezeigt habe, denn wenn ich das so mache, wird die Füllung nämlich super lecker und saftig und ich mache hier einfach alles in so einen Mixer rein. Einmal die Petersilie, dann kommt da Knoblauch rein, das geht einfach auch super schnell und wie gesagt, so wird das halt sehr lecker und sehr, sehr saftig. Die Zwiebel mache ich auch gleich hier rein, ich muss auch nichts klein schneiden, also auch das eben super praktisch. Das kommt rein, dann gebe ich ein Löffelchen Tomatenmark, beziehungsweise in meinem Fall ist es ja immer Tomatenpaprikamark, so ein bisschen für die Farbe und auch ein Löffel von der Gemüsepaste, nochmal als Geschmacksträger zusätzlich und dann kommt da Tomate mit rein. Tomate macht das Ganze eben dann nochmal schön saftig und dann kommen nur noch Gewürze und etwas Olivenöl noch mit rein. Das gebe ich gleich in die Mischung direkt rein. Achso, hier ist noch der Rest vom Reis. Ich habe erstmal nur eine Tasse gemacht, aber ich glaube, das war zu wenig, deswegen habe ich hier nochmal ein Glas gewaschen. So sieht das Ganze jetzt aus. Schön fein alles. Jetzt kommt in die Mischung noch etwas Olivenöl. Olivenöl ist immer gut. Dann natürlich Salz, haben wir noch keins drin. Huch, ich muss mein Salz auffüllen. Dann etwas Pfeffer. Auch nicht zu wenig. Ein bisschen Schärfe. Ich mache jetzt hier ein bisschen Harissa, muss ich aufpassen, es ist sehr scharf. Und was ich noch sehr gerne mit rein gebe, ist einfach die Gewürzmischung Ras El Hanout. Auch nicht zu wenig, ich finde, das schmeckt immer alles so lecker, wenn das mit dabei ist. Und jetzt einfach nur noch mit den Händen alles schön zermanschen und verrühren. Ihr könnt das Ganze auch veganisieren, habe ich auch sehr oft gemacht, statt Hackfleisch einfach Linsen mit dazu geben. Könnt ihr braune Linsen, Beluga Linsen, also Linsen, also ich habe es jetzt öfters mit Beluga Linsen gemacht. Jetzt werden die Paprika gefüllt. Ihr seht, also das soll so richtig schön so feucht-matschig sein. So wird die Füllung nämlich drin auch schön lecker und saftig und nicht zu trocken. Auch nicht zu fest drücken, der Reis quillt ja auf. Und dann einfach in den Topf rein. Ich mache die dann gleich mit so einem Stück Tomate zu. Also die Tomate ist dann sozusagen der Deckel. Ihr könntet auch den Deckel von der Paprika wieder nehmen. Aber es ist immer ganz lecker und sieht irgendwie auch schön aus. Aber vorher begieße ich das Ganze mit der Soße, mit der Tomatensauce, die da noch reinkommt. Damit die auch so ein bisschen in die Paprika mit reingeht. Für die Tomatensauce, die jetzt hier drüber kommt, habe ich hier das Tomatenmark, beziehungsweise Tomatenpaprikamark. Dann auch noch Gemüsebrühe, beziehungsweise meine Gemüsepaste kommt mit dazu. Dann mache ich erstmal das Wasser rauf. Am besten schon so gekocht ist, dann löst sich das Ganze schön auf. Dann darf natürlich Olivenöl nicht fehlen. Ein bisschen was. Eigentlich fast die gleichen Gewürze. Salz. Pfeffer. Schärfer gebe ich jetzt keine rein, weil mein Tomatenpaprikamark auch scharf ist. Ein bisschen von dem Flas El Hanot auch noch mit rein. Und dann Minze. Finde ich, passt hier sehr gut dazu. Deswegen kommt die mit rein. Alles verrühren. Und dann gießen wir das Ganze über die Paprika, beziehungsweise versuchen wir das wirklich so in die Paprika auch mit rein zu gießen. Die müssen auch nicht bedeckt sein, also das dampft dann alles mit Deckel vor sich hin. Jetzt kommen noch die Tomatendeckelchen mit rein. Einfach alles ein bisschen quetschen. So, dann muss ich noch gucken. Hier waren ja noch drunter welche. Das war's. Die dürfen auch ruhig so ein bisschen umkippen. Das macht nichts. Hier sind noch drei Stück Tomate. Packe ich einfach mit rein. Jetzt einfach nur noch Deckel drauf und köcheln lassen, bis das alles weich ist. Also 30 Minütchen oder so kann man einfach mal kontrollieren. Und das war's. So, ich bereite auch mein Brot jetzt für den Ofen vor. Für morgen haben wir dann wieder zwei frische Brote. Ich backe gerade aktuell, irgendwie habe ich die ganze Woche lang die zwei gleichen Brote gebacken. Einmal ein Roggenmischbrot und einmal ein Dinkelmischbrot. Das heißt, ja, mit Weizenmehl 550 und dann ein Teil Dinkelvollkornmehl, das ich selbst gemahlen habe. Und das andere mit Roggenvollkornmehl. Diesmal habe ich sogar den Lichtkornroggen genommen. Der ist ja ein bisschen heller. Aber ich muss jetzt mal wieder ein paar neue Brote backen. Ich will jetzt mal dieses Kartoffelbrot auch ausprobieren. Das soll ja auch sehr lecker sein. So, die Körbchen richtig schön bemehlen, auch jetzt mit frisch gemahlenem Roggenmehl. Dann klebt da auch nichts. Und dann lasse ich den erstmal eine Stunde ruhen, den Teig in den Körbchen. Und dann geht's weiter. Hier haben wir das mit dem Lichtkornroggen. Das ist so ein bisschen feuchter, der Teig. Also, gerade wenn man so mit Vollkornmehlen arbeitet, ist es immer nicht ganz so einfach. Deswegen kann ich euch das Rezept, was ich euch eigentlich schon ganz oft gezeigt habe mit dem Vollkorndinkel, Hat schon in mehreren Videos euch gezeigt. Das ist so super einfach, wenn man wirklich so einsteigen will mit Brot. Ist das das ideale Brot, finde ich. Dann hat ein bisschen Vollkorn mit drin. Einen schönen, bekömmlichen Teig durch die 24 Stunden Teigruhe. Hier sieht man, der ist ein bisschen klebriger, ein bisschen feuchter. Ich werde gleich den Unterschied sehen. Der ist ein bisschen schwerer, damit umzugehen. So muss man auch wirklich schön hier alles bemehlen, die Arbeitsfläche. Wie ihr seht, der ist schön klebrig. Das Roggenmischbrot mache ich immer gerne rund. Und das mit Dinkel mache ich immer gerne in eine Kastenform. Das ist dann aber wie so ein Toastbrot. Schön die Ränder bemehlen, dann klebt auch nichts. Dann den Teig abruhen. Und wie gesagt, der bleibt jetzt eine Stunde. Könnt auch ein bisschen länger, anderthalb Stunden ruhen lassen. Hier haben wir das mit dem Dinkelvollkorn. Und hier, der Teig ist einfach nicht ganz so klebrig und ist einfacher damit umzugehen. Finde ich. Da braucht man auch nicht so viel Mehl. Also das ist so. Das würde ich jedem raten, dieses Brot zu machen. Als allererstes eignet sich wirklich sehr, sehr gut. Das war's schon. Den decken wir ab. Und dann heize ich meine Gusseisentöpfe vor. Und dann kommen sie rein. So, wenn das ganze Gemüse dann weich ist, gebe ich jetzt zum Schluss die Petersilie mit dazu. So sieht das Ganze aus. Und jetzt könnt ihr gleich gucken, wenn ich den Essig dazu gebe, wie dann nochmal die rote Beete nochmal sozusagen die Farbe lässt. Also so ein Schuss. Schmeckt auch gut. Passt auch. Da wird das gleich nochmal intensiver. Das sieht man. Oder auch nicht. Ich glaube, das sieht man. So. Salz hatte ich noch keinen dazu gegeben. Genau, gehört sage ich das Ganze noch nicht. Deswegen kommt jetzt auch noch das Salz mit dazu. Ein klein wenig Pfeffer. Und jetzt noch ein bisschen Sahne. So ein halber Becher reicht. Ja, ich finde diese Farbe, ne. Das ist so unglaublich. Das ist jetzt so ein richtig schönes Pink. Ich gebe noch ein bisschen mehr Wasser dazu. Abschmecken und das war's. Schaut euch mal diese Farbe an. Och, ich liebe diese Suppe. Bitte schön. Bitte schön. Bitte schön. so sehen jetzt die fertigen paprika aus schön auch mit der soße und ein mastheft dazu ist joghurt ich habe jetzt hier selbstgemachten joghurt so ein bisschen das schmeckt auch total dass sich das mit der soße so vermischt so ich einmal wie das innen aussieht in richtig schön saftig und lecker und nicht trocken schnittstellen jetzt oben das heißt ich muss sie nicht einschneiden ja da wird dann wahrscheinlich bis aufgehen in den ofen jetzt vorgeheizte gusseisen töpfer 45 minuten mit deckel nach 45 minuten mache ich jetzt den deckel ab dass das brot dann noch mal ein bisschen drin ja auch geht hat doch gepasst in den topf sogar die form ein bisschen besser weil er jetzt ein bisschen höher ist sieht doch gut aus jetzt noch ein bisschen farbe ich lasse es noch so zehn minütchen als ich liebe schönes aufreist von natur aus weil ich hatte die eingefaltete seite eben nach unten hier auch sehr schön super also noch mal zehn minütchen das schon ein bisschen farbe kriegen und dann kann das brot raus so 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 fertig das sind so die aktuellen lieblingsbrote die ich backe ich schreibe euch gerne noch mal das rezept in die infobox also das ist wie gesagt die brote die ich immer backe mit der 24 stunden teigruhe ja also immer dran denken ein tag vorher den teig ansetzen alle sechs bis acht stunden einmal den teig den und falten und dann backen und ihr habt tolle brote gesagt für anfänger würde ich euch das linkelweizen empfehlen weil wie gesagt mit dem teig ist es sehr sehr einfach umzugehen sehr simpel das ist dann wieder schon mit roggen der ist ein bisschen heller geworden weil es der lichtgrund roggen ist das müssen heller die ganze zeit habe ich aber mit dem normalen roggen gebacken das macht keinen unterschied aber ja das sind so die zwei leckeren brote und morgen oder übermorgen setze ich mal einen anderen teig an da mache ich mal wieder so ein vollkornbrot mit joghurt und vielleicht mal ist das kartoffelbrot kann ich euch gerne mitnehmen wenn ihr wollt ich fange jetzt an zu kochen und heute gibt es so ein ja wieder so ein gemüseintopf würde ich sagen ich habe nämlich aubergine die müssen verbraucht werden und ja ich schaue immer was ich so alles im kühlschrank habe auch die champignons hier müssen wir jetzt endlich verarbeitet werden deswegen so ein gemüseintopf ich brate auch ein bisschen hat fleisch mit dazu an und ich schaue mal wie viel das ganze wird dementsprechend schaue ich vielleicht gebe ich noch eine dose kichererbsen mit rein gestückelte tomaten das ganze wird ja noch mal angebraten mit meinem tomatenpaprikamark und zucchini pack ich mit rein ein bisschen von der paprika hier kartoffeln noch dazu also wirklich so ein gemüseintopf was eigentlich sehr oft mache knoblauch kommt natürlich dazu meine gemüsepaste dazu und dann ja dazu gibt es dann noch reis und ich habe hier auch muffins gebacken für morgen für die brotbox für die kinder das ist jetzt und thermomix rezept mit so also haferflocken also ich habe daraus hafermehl gemacht bananen sind drin weil nüsse und vollkornmehl also ein bisschen gesündere muffins würde ich sagen muss selber mal später probieren ich weiß noch nicht wie das rezept ist habe ich erst einmal gemacht aber ja die sind auch fertig dann gibt es heute noch zum nachtisch waffeln deswegen habe ich ja waffeleisen schon rausgelegt zwei brote setze ich auch noch heute an ja so sieht es aus also erst mal jetzt das ganze gemüse schnippeln verarbeitet da hole ich mir gleich ein paar helfen der händchen und dann wird alles angebraten die zwiebeln und die grüne paprika habe ich jetzt mit angebraten ich brate jetzt alles so nach und nach an ich glaube ich habe ein bisschen zu kleinen topf genommen aber egal heute wird gequetscht ich hatte jetzt keine lust den größeren topf zu waschen da sind noch die gefüllten paprika noch zwei stück übrig von gestern ja ja Jetzt würzen wir das Ganze einmal mit Salz, Pfefferschärfe gebe ich jetzt nicht mit dazu, weil diese grünen Peperonis, die sind scharf, Kreuzkümmel, ein bisschen Curry, kann mit rein, why not. Jetzt schalte ich das Ganze runter, Deckel rauf und dann lassen wir das schmoren, bis das durch ist und dann mache ich noch frische Petersilie zum Ende mit dazu und ich mache jetzt noch Reis, zwei Tage. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich den türkischen Reis zubereite. Ich habe hier jetzt Olivenöl und Butter, das gehört immer Fett rein, ihr könnt auch nur eins von beiden nehmen. Ich mixe jetzt beides und da kommen jetzt diese Reisnudeln rein, die sehen aus, die Reis sind aber Nudeln und die werden jetzt goldbraun angebraten. Das ist nicht nur optisch, sondern das macht auch viel aus in dem Reis, die müssen unbedingt da rein. Wenn die Reisnudeln dann schön goldbraun sind, kommt auch der gewaschene Reis hinzu und dieser hat ein bisschen Wasser mit dabei und der Reis wird jetzt auch noch mal so zwei Nüschen mit angebraten. Wenn der Reis dann schön angebraten ist, löschen wir das Ganze mit am besten trockendem Wasser direkt auf. Hier ist wieder mal bei mir Augenmaß angesagt, die können natürlich so berechnen, pro Tasse so und so viel Wasser. Ich glaube immer pro Tasse Reis anderthalb Tassen Wasser, aber ich mache das immer so, dass der gut bedeckt ist, bis so eine Fingerbreite bedeckt ist, ungefähr. So viel Wasser gebe ich mit dazu. Salz nicht vergessen. Nochmal umrühren. Wenn der Reis dann kocht, kommt der Deckel rauf. Jetzt stelle ich ihn runter. Ich habe von neun Stufen, mache ich den auf drei und nach 15 Minuten rühre ich einmal um und dann stelle ich den auf Stufe zwei und dann ja noch ein paar Minuten und dann ist er auch schon fertig. Zum Ende jetzt nur noch die frische Petersilie. Ganz essenziell bei dem Gericht. So, jetzt drüben wir nochmal einmal um. Reis ist auch fertig. Also hier könnt ihr wirklich reinhauen, was ihr wollt, aber das schmeckt so ein bisschen wie diese Carnejaric, also diese gefüllte Aubergine, ist ein bisschen so ähnlich, ein bisschen als Eintopf umgewandelt, sage ich jetzt mal und ein bisschen mehr Gemüse noch mit dazu, dabei. Ich habe noch einen Salat gemacht und zwar aus Karotten, Rettich, rote Zwiebeln, Roma-Salat, ein bisschen Gurke ist drin, eigentlich Mais passt sehr gut dazu, aber hatte ich keinen mehr da. Frischen Dill, etwas Petersilie, Dressing aus Zitronensaft, Granatapfelsirup, Salz, Pfeffer. Der Reis ist auch super schön flüffig. Ich sage ja immer, das mit den Reisnudeln, das macht einen Unterschied. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Heute gibt es zum Abendessen als Vorspeise eine sehr leckere Gemüsesuppe. Die wollte ich euch unbedingt zeigen, die schmeckt so lecker, die ist so cremig, ich liebe die. Auf jeden Fall packt ihr da einmal Gemüse rein, was ihr mögt. Ich schneide alles in kleine Würfel, Karotten, Lauch, Champignons, ein bisschen Fenchel habe ich da, muss jetzt nicht alles unbedingt sein. Ein bisschen Kartoffel, ein bisschen Sellerie, eine Zucchini, am Ende kommt frischer Dill mit rein. Das Ganze, wie gesagt, ganz kleine, feine Würfel, wird alles schön angebraten, mit etwas Mehl besträubt und dann kommt Wasser, Gemüsebrühe dazu, wird schön gekocht, am Ende ein bisschen Sahne, Gewürze, sowieso lecker. Das zeige ich euch jetzt. Das ganze Gemüse wird jetzt schön in Olivenöl angebraten, sodass wir so schöne Röstaromen haben. Wenn das Gemüse schon angebraten ist, geben wir jetzt so ein bisschen Mehl dazu. Mit Augenmaß hier, so zwei Esslöffel würde ich sagen. Wir braten das auch nochmal kurz mit an. Gemüsepaste, ihr könnt auch Gemüsebrühe oder gekörnte Gemüsebrühe nehmen. Dann lösche ich das Ganze schon ab mit einem Becher Sahne. Ich gebe noch die Kartoffeln dazu. Und gieße das jetzt mit heißem Wasser auf. Jetzt einmal aufkochen und dann nur noch Deckel drauf und so lange köcheln, bis das ganze Gemüse weich ist. Dann kommt zum Ende der Dill, der frische Dill rein. Das war es auch schon. Würzen tun wir ganz klassisch mit Salz, Pfeffer. Mehr braucht es eigentlich nicht. Ich lasse die mal gern so. Dann gibt es noch etwas Schnelles aus dem Ofen. Das habe ich euch, glaube ich, auch mal gezeigt. Und zwar sind das diese Gnocchis. Ihr könnt das Ganze aber auch mit Nudeln machen zum Beispiel. Das geht auch. Ihr könnt hier reinhauen, was ihr wollt. Ich habe jetzt, wie gesagt, hier die Gnocchis. Habe ich unterschiedliches Gemüse, ein bisschen Paprika, Zucchini, rote Zwiebeln, Tomaten. Ihr könnt aber reinhauen, was ihr mögt. Ihr könnt zum Beispiel auch nur Tomaten dazu geben. Jetzt ein bisschen Olivenöl über das Ganze geben. Ich rühre schon mal so ein bisschen durch, damit ich das besser gleich verteilen kann. Und dann könnt ihr zum Beispiel einfach nur passierte Tomaten dazu geben. Und dann kräftig würzen nochmal mit alles. Oder ihr nehmt so Fertigsauce. Ich habe jetzt hier noch meine eingekochte Soße Arabiata aus den Tomaten aus unserem Garten. Die werde ich jetzt nehmen. Die ist lecker, die ist schon schön gewürzt und scharf. Ich glaube, ich brauche nicht alles. Ich koche mal. Doch, alles? Nicht saftisches. Aber da kommt ja noch der Frischkäse. Aber der ist ja nicht flüssig. Ja, okay. Ich denke schon. Dann machen wir alles. Ja, jetzt haben wir hier auch noch Tomaten. Die lassen ja auch nochmal ein bisschen Schaft raus. Jetzt könnt ihr nämlich entscheiden, ob ihr jetzt noch ein paar Kleckse Frischkäse obendrauf gebt. Oder Täterkäse. Oder Täterkäse. Und dann geht das Ganze in den Ofen. Beziehungsweise ich gebe das erstmal so in den Ofen. Und dann kommt noch der ganze Käse. Und dann wird es nochmal überbacken. Aber jetzt tun wir es erstmal ohne. damit auch das ganze Gemüse. Damit auch das ganze Gemüse garen kann. Jetzt mache ich so ein paar Kleckse Frischkäse. rauf. Und etwas Peta Käse. Deswegen habe ich das Ganze auch nicht mehr gesalzen. In der Soße ist ja auch Salz drin, aber der Käse gibt jetzt auch nochmal schön würze. Und jetzt nochmal in den Ofen. So sieht jetzt die fertige Suppe aus. Falls ihr Familienmitglieder habt oder Kiddies, die jetzt das Gemüse nicht mögen würden, die meckern würden, könnt ihr die Suppe auch pürieren. Dann habt ihr eine cremige Gemüsesuppe. Aber ich mag die so mit den Stückchen. Dill hatte ich auch schon mit reingegeben. Und die müsst ihr unbedingt ausprobieren. Die ist super lecker. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt wird das einmal schön umgerührt. So wird das jetzt super schön cremig. Ihr könnt da auch nochmal extra Käse nochmal rauf machen. Das ist so lecker und das geht einfach super schnell. Es gibt wieder Abendessen. Und zwar gibt es heute eine Suppe. Ich glaube, ich mache mal eine Linsensuppe. Hatte ich jetzt eine Weile nicht gemacht. Ich gucke mal, ob ich eine gelbe oder eine rote Linsensuppe mache. Weiß ich noch nicht. Und dann gibt es eine Bowl. Ich habe so Appetit schon seit ein paar Tagen darauf richtig, richtig Appetit. Die Bowl wird unter anderem aus Quinoa und Naturreis bestehen. Und dann noch Süßkartoffeln, rote Beete und so weiter aus dem Ofen. Und die Toppings zeige ich euch alles. Ich zeige euch auch gleich, wie ihr am besten Quinoa kocht, weil ich weiß, dass das vielen nicht schmeckt, weil es sehr bitter ist. Da ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass ihr den Quinoa, ich habe jetzt hier übrigens Tricolor Quinoa, also weißer, schwarzer und roter Quinoa gemischt. Ich mag den am liebsten. Den müsst ihr wirklich sehr, sehr gründlich mit lauwarmem Wasser auswaschen. Dann gehen nämlich die Bitterstoffe weg. Dann koche ich den und gebe da auch noch ein bisschen Gemüsebrühe mit zu. Schmeckt nämlich dann nochmal besonders lecker. Den Naturreis werde ich jetzt hier im Reiskocher kochen. Geht einer jetzt am einfachsten. Den mache ich hier einfach nur mit Wasser und Salz. Keine Butter wie beim türkischen Reis. Eine Spülmaschine läuft im Hintergrund. Also keine Butter oder so wie beim türkischen Reis. Also Naturreis ist nicht jedermanns Geschmack, aber ich finde bei der Bowl passt es sehr, sehr gut und der macht es super satt. Also wenn ihr das vergleicht mit so weißem Reis, ich glaube davon isst man die Hälfte und ist Pappsatt. Wegen dem Wasserverhältnis guckt ihr am besten, wenn ihr die gekauft habt, auf die Packung. Und jetzt soll es genau so schön sprudelnd kochen, bis die Flüssigkeit weg ist und dann wird das Ganze abgedeckt. Wie gesagt, hier am besten auch nochmal Gemüsebrühe. Ich habe hier jetzt noch ein bisschen gekörnte, den Rest, den verwende ich und noch ein bisschen von der selbstgemachten. Das macht nochmal einen Unterschied. Schmeckt die Quinoa immer wirklich besonders lecker. Wenn hier keine Flüssigkeit mehr ist, ihr seht, ist alles verdampft, beziehungsweise hat der Quinoa eingesaugt, dann könnt ihr das ausschalten. Deckel rauf und jetzt ziehen lassen, der ist jetzt fertig. Für die Linsensuppe habe ich jetzt hier Zwiebeln grob geschnitten, die werden ja eh püriert, müsst ihr jetzt nicht so fein machen. Schön in Olivenöl angebraten. Jetzt mache ich ein bisschen Tomatenmark, beziehungsweise Tomatenpaprikamark, könnt ihr aber auch ohne machen. Muss jetzt nicht unbedingt sein, aber ich mag das eigentlich, wenn das drin ist. Das auch immer schön mit anbraten. Ganz wichtig, ein bisschen Gemüsebrühe oder Paste, wie in meinem Fall. Dann kommen auch schon die Linsen, das sind jetzt rote Linsen, die habe ich schön gewaschen. Jetzt kleben die ein bisschen zusammen. Dann ein bisschen Kartoffeln, damit die Suppe auch schön sämig wird. Manche geben auch noch Karotten dazu, könnt ihr machen. Ein bisschen Karotte, muss aber auch nicht sein. So, jetzt gießen wir das Ganze schon mit Wasser ab. Ich habe hier schon vorgekocht, das geht dann einfach schneller. Auch hier ist alles Augenmaß. Ich mache mal ein bisschen weniger Wasser. Die Linsen quellen ja richtig auf. Und dann wird das Ganze ja püriert und dann schaue ich mir die Konsistenz an und kann dann immer noch Wasser dazugeben. Also macht eher weniger als zu viel rein, weil dicker könnt ihr die dann nicht mehr machen, die Suppe. Aber verdünnen könnt ihr die dann immer noch mit Wasser. Wenn das Ganze dann kocht, dann nur noch Deckel rauf, runterschalten und köcheln lassen, bis die Linsen und Kartoffeln weich sind. Ich habe hier jetzt Süßkartoffeln gewürfelt und frische rote Beete und rote Zwiebeln. Das kommt jetzt in den Ofen. Ich mache hier ein bisschen Olivenöl obendrauf. Ein bisschen hier, ein bisschen da. Und dann wird das schön gebacken. Salz. Die Zwiebeln brauchen wir jetzt nicht. Pfeffer. Ihr könntet jetzt auch zum Beispiel, falls ihr keine rote Beete mögt, auch anderes Gemüse. Ihr könntet jetzt auch noch Pilze zum Beispiel machen. Also da ist der Kreativität frei in der Lauf gelassen. Ich zeige euch gleich noch die anderen Toppings, die dazu kommen. Die müssen wir aber jetzt nicht garen. Und während das im Ofen ist, mache ich mal das Dressing. Wenn ihr eine kleinere Portion macht, könnt ihr auch den Airfryer benutzen. Ich mache es jetzt auch auf Umluft. Falls ihr einen Airfryer habt. Und ansonsten ab in den Ofen. Einfach bis das Gemüse schön weich ist und ein bisschen Farbe bekommt. Ich mache jetzt das Dressing. Ich habe jetzt hier ein bisschen Tahin drin. Das ist schon so ein bisschen fest geworden. Ist aber nicht schlimm, weil ich mixe das jetzt eh alles im Thermomix einmal durch. Ich könnte ja auch einen anderen Mixer nehmen. Ganz viel Zitronensaft. Ich habe jetzt hier zwei ganze Zitronen ausgepresst. Ich schmecke dann einfach mal ab. Ich habe keine Ahnung, wie das Dressing wird. Ich habe noch nie so Dressing mit Tahin gemacht. Ich probiere einfach mal. Dann schön Olivenöl. Wir brauchen ja auch genug Dressing hier für zehn Portionen. Sumac, das ist Essigbaumgewürz. Ihr könnt aber auch Essig nehmen. Davon. Nicht zu wenig. Und dann Salz und Pfeffer. Ich weiß nicht, ob ich auch noch Sämt dazu geben soll. Ich schmecke mal gleich ab und dann gucke ich mal. Ein bisschen Knoblauchpulver. Ein bisschen Knoblauchpulver. Schadet nie. Und noch meinen letzten Rest vom Granatapfelsirup. Jetzt mixe ich das Ganze einmal durch. So, ich habe in das Dressing nochmal Salz, Pfeffer nochmal dazu gegeben. Und Wasser, weil das war viel zu fest. Jetzt habe ich ein bisschen zu viel Wasser, glaube ich, reingemacht. Ah, und ich habe noch ein bisschen Essig noch mit dazu gegeben. Aber ich glaube, es ist besser so, wenn es ein bisschen flüssig ist. Aber vorhin war es ein bisschen cremiger. Naja, egal. Hauptsache es schmeckt. Ich habe es abgeschmeckt. Also der Essig hat auf jeden Fall nochmal gefehlt. Salz und Pfeffer und Wasser. Aber es gibt nur so viel Wasser, damit es noch cremig bleibt. Die Suppe ist jetzt auch fertig. So, die Linsen, Kartoffeln. Alles ist jetzt schön weich gekocht. Manche mögen das auch, wenn es so stückig bleibt zum Beispiel. Da hätte man die Kartoffeln noch ein bisschen kleiner würfeln können. Oder man könnte jetzt einfach auch einen Stampfer nehmen und einfach nur alles so zerquetschen. Also manche mögen das so. Ich gebe direkt Zitronensaft mit dazu. Ihr könnt aber auch einfach Zitronen spalten zur Suppe reichen. Das gehört dazu. Aber ich mache die einfach direkt in den Zitronensaft rein. Da muss das jetzt nicht jeder extra dazu geben. Dann Salz. Wir haben ihn noch nicht gesalzen. Ich mag in der Suppe auch gerne ein bisschen Minze. Kreuzkümmel. Passt sehr gut zur Suppe. Ist auch gut, wenn man Linsengerichte isst. Hab ich mal gehört irgendwo. Und etwas Pfeffer. Und natürlich ein bisschen Schärfe. Ich muss hier aufpassen. Das Pulver ist, glaube ich, sehr scharf. Jetzt pürieren wir das Ganze. So sieht jetzt das Linsensüppchen fertig aus. Ich habe hier jetzt alles bereitgelegt, was wir für die Wohl brauchen. So, Dressing gibt noch. Und zwar mache ich einmal hier den Reis. Den mixe ich ein bisschen mit dem Quinoa. Ich habe das ein bisschen abgeguckt, falls ihr kennt. Ich weiß nicht, in Berlin gibt es dieses Dean & David. Da gibt es die Butter Bowl. Ich habe es ein bisschen da so angehaucht gemacht. Da ist es nämlich auch. Da ist der Reis mit dem Quinoa zusammen. So, und das Tolle daran ist an diesen Bowls. Das mag ich ja, wenn man dieses Warme und Kalte mixt. Also danach alles so zusammenrühren und auch so lecker. Dann ein bisschen Salat. Das muss man ein bisschen was Grünes haben. Dann eben die lecker, warmen Süßkartoffeln. Och, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Falls ihr sowas noch nicht gegessen habt, macht das unbedingt nach. Das ist so yummy. Also ein bisschen Süßkartoffeln. Ich richte das für euch jetzt nochmal extra schön an. Rote Beete. Also ich habe sogar ein bisschen mehr Zutaten, als es bei dieser Bowl war, die ich kenne. Dann Kichererbsen. Also wir haben hier auch wirklich schön Proteine. Wir haben in der Linsensuppe, in der Vorspeise schön Proteine. Wir haben hier Proteine, obwohl alles vegan heute ist. War jetzt nicht geplant, aber ist halt so. Haben wir in den Kichererbsen Proteine. Wir haben Proteine in Form von Edamame. Die sind auch super proteinreich. Dann die roten Zwiebeln. Die sind so besonders kross geworden. Wie so, fast schon wie so Rüstzwiebel. Och, voll lecker. Davon was. Ein paar Stückchen Walnüsse. Das ist so. Yum, yum. Lassen wir so ein bisschen klein machen. Und dann ein paar Granatäpfel nochmal für die Säure und for the yumminess. Das habe ich mir schon gedacht, dass das jetzt so ein bisschen voll ist hier. Das ist hier alles voll leckere. Und wir haben die fertige Bowl. Och, ich freue mich gerade so drauf. Seit Tagen habe ich Appetit da drauf. Ne, was kostet das jetzt, wenn wir bei Dina und David gegessen haben? 12, 13 Euro. Also macht das selber, ne. Guck mal, ihr könnt Toppings nehmen. Ihr könntet hier jetzt auch noch Hühnchenfleisch zum Beispiel machen. Machen wir auch mal demnächst. Gemüse eurer Wahl. Also wirklich, da ist die Kreativität freien Lauf gelassen. Aber das schmeckt so lecker. I love it. Und dann jetzt einfach alles so verrühren und dieses Warme und Kalte und, oh, lecker. Am besten schmeckt die Süßkatafeln. Dankeschön.